Liebe Sänger, eigentlich hätte ich gedacht, dass wir uns mal wieder wirklich live und in Farbe sehen können, aber die Politik lässt es leider immer noch nicht zu. Die bösen Aerosole in geschlossenen Räumen, die uns möglicherweise dann gefährden, wenn denn einer dieses Virus trägt. Ja, warten wir mal ab, wenn vielleicht noch die Fallzahlen weiter sinken, vielleicht klappt es ja doch bald. In der Zwischenzeit mal wieder ein Lied, diesmal ein ganz bekanntes, ein alter Klassiker, das Morgenrot. Ich gebe mal die Stimmen ran. Am Kühl, am Kühl, um was zwei, am Kühl, ich sing was zwei mit. Eins, zwei, drei. Am kühlenden Morgen, wenn alles noch not, erscheint es am Himmel wie goldige Flut. Da öffnet der Vater den himmlischen Saal und schaut dann hernieder auf Berg und ins Tal. Sagt weckt er die Menschen und mahnt sie zur Tat und gibt ihnen Stärke und heilsamen Rat. Da tült auch erleuchtend die Sonne hervor und meld ich schließt wieder das himmlische Tor. Ja, ich hoffe, das fanden ein paar ganz nett. Vielleicht hat auch jemand mitgesungen. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!